Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute geht es wieder einmal um den C-Cleaner und zwar um den C-Cleaner Browser. Den hatten wir ja schon im letzten Video so ein bisschen mit C-Cleaner angesprochen. Ich hatte gedacht, dass der als Bundle mit dem C-Cleaner auf dem PC installiert wird und dem war bei mir nicht der Fall. Ihr habt ja gesehen, das war die aktuellste C-Cleaner-Version. Das war glaube ich die 565, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und heute, da habe ich mal hier die Seite des C-Cleaner-Browsers aufgerufen und da laden wir uns einfach mal den Browser hier herunter. Das funktioniert im Endeffekt genauso wie das Herunterladen und Installieren des C-Cleaners an sich. Gucken wir uns auch hier mal die Installation etwas genauer an und gucken mal da, was noch so alles mitkommt. Benutzerkontestörungsmeldung hier natürlich, wenn wir es installieren wollen, wieder mit Ja bestätigen. Haben wir hier wieder Lizenzvertrag und Datenschutzrichtlinie hier unten mal auf Optionen geklickt. Können wir hier die Sprache auswählen. Hier können wir auswählen, von welchem installierten Browser die Benutzerdateien hier importiert werden sollen. Ich mache das Ganze jetzt hier mal auf Aus, dass keine Benutzerdateien hier importiert werden. C-Cleaner-Browser als meinen Standardbrowser festlegen. Da ist jetzt hier der Haken raus. Das ist eigentlich schon ganz gut. Dann haben wir hier Verknüpfung für C-Cleaner-Browser erstellen. Okay, Desktop, Taskleiste, Startmenü. Das ist eigentlich bei jedem Browser oder bei jeder Anwendung so. Das hier oben mit dem Standardbrowser festlegen, dass da der Haken standardmäßig raus ist. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wir gehen hier unten mal auf Akzeptieren und Installieren. Das ist jetzt Version 80.1.39.02.165. Versionsbezeichnung erinnert mich jetzt schon sehr an den Google Chrome. Wir schauen uns mal, wie das Ganze dann aussieht. Ich habe den Browser noch nie gesehen vorher. Wie gesagt, ich wurde da von einem Zuschauer darauf angesprochen und da habe ich das erste Mal auf dem Schirm gehabt, obwohl das Ganze schon wohl etwas älter ist. Ich habe einen Artikel gefunden vom Juni 2019. Also doch schon etwas älter. Irgendwie ist das an mir vorbei geflimmert. Nach dem Setup macht sich das Ganze hier auf und es sieht schon aus wie Google Chrome. Jetzt haben wir hier noch die Standardeinrichtung mit Adblocker, mit schneller surfen, Tracker stoppen. Okay, wir gehen mal hier auf Einstellungen anpassen und schauen uns das mal etwas genauer an. Lesezeichen, Verlauf, Kernwörter, Einstellungen und Dateien importieren aus. Das haben wir ja nur ausgeschaltet eigentlich. Aber hier, na gut, hier müssen wir jetzt irgendwas auswählen. Okay. Vorhin beim Setup ließ ich das Ganze noch komplett deaktivieren. Hier müssen wir es irgendwie einstellen. C-Cleaner Browser, jetzt ist der Haken hier standardmäßig drin. Habe ich es vorhin noch gelobt. Jetzt ist es hier drin. Okay. Okay, also nicht gut. Verknüpfung auf Desktop. Okay, anlegen, das ist in Ordnung. Fertig. Einrichtung abschließen. So, also es sieht schon sehr nach dem Google Chrome aus. Ich würde mal sagen, es ist der Google Chrome oder zumindest die Chromium Engine. Also im Grunde genommen das, was Microsoft mit dem neuen Edge auch gemacht hat. Wir haben im Endeffekt irgendwie nur noch den Chrome und den Firefox als Auswahlkandidaten. Ansonsten alles, was irgendwie wie Vivaldi ist und so, das ist ja letzten Endes und Oberar, das ist ja letzten Endes auch alles Chromium. Und genau so sieht man das hier nach Chromium aus. Ich habe jetzt mal hier Chrome Flex aufgerufen und das taucht jetzt auch hier auf. Also das ist im Endeffekt auch die Chromium Engine. Ja, was gibt es hier sonst noch so zu sagen? Nun, nicht wirklich viel. Ich würde sagen, das Ganze war es hier. Wir haben die Installation gesehen und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich werde das Ganze hier nicht weiter verwenden. Ich habe hier den Google Chrome und dadurch, dass das nun eh alles Chromium ist, da kann man auch direkt den Chrome verwenden. Das ist mehr oder weniger, zumindest meiner Meinung nach, egal. Gut, die Tracking-Geschichte. Aber welcher Browser nun inwieweit nach Hause telefoniert, das können, denke ich, wir sowieso nicht so wahnsinnig eingrenzen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss! Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachtet doch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diesen Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt es hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT. Doppelung 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 Doppelung